Da-da-da-da Ja, ist ohne noch nix. Typischer Priesterzug. Was könnte ihn nerven? Der Netzfürst könnte ihn schon direkt mal nerven, da seine Kreaturen Kampfschrei haben. Ja, dann schmeißen wir direkt den Netzfürst erstmal raus. Den Spotter, den brauche ich noch nicht. Den macht er eh nur schnell kaputt. Kann ich später besser machen, wenn er gebufft wird. Durch den Hopp. Goblin! Coin, durch und abgeben. Okay, erstmal Neruba. Schöne ist, kann er auch dem Neruba inneres Feuer geben und dann macht er auch Stress. Aber das lebe ich mir auf. Nicht für den Anfang. Ich habe aber ziemlich Bock, gleich den zweiten Neruba zu spielen. So viele Möglichkeiten. Er scheint ihn ja zu nerven. Bringt ihm ja nix. Kann ich einfach wieder hochheilen. Ja, komm, kriegst du nochmal Schild. Oh. Okay, damit kann nächste Runde zwei... Ach nee, wir haben nur vier Mann an der nächste Runde. Mit Heilung wird das noch nicht funktionieren. Könnte eine 10-10er draus machen. Mit Heilung eine 12-12er. Aber die kommt dann mit Sepp auf die Hand, deswegen... Das muss ein Finisher dann sein. Der Neruba nervt ihn. Kommt, der nächste kommt auch gleich hinterher. Wenn er den so nervt... Dann kann er seine Kreaturen schon mal nicht mehr spielen. Oh, wie er ins Außerwälder auch schön... Oh, geil. Wieder ein Mana zu wenig. Wir ins Außerwälder. Packen wir dann aber auf den linken drauf. Nächste Runde. Oder auf den Nerfotron. Okay, den macht er jetzt mit einem... Ausweiden weg. Auch richtig krasses Value. Boah, der hat schon drei Spells auf den einen verbraten. Oder ich mach jetzt einen Nerfotron. Ich mach jetzt erstmal noch einen Nerfotron und eine Flugmaschine. So. Wenn er die Flugmaschine nicht kaputt macht... Dann kriegt die welens Außerwählter. Göttlicher, göttlicher Wille, inneres Feuer. Und dann rockt die. Hallo, hallo, hallo. Immer noch... Ist immer noch dann... Eine 3... 7... 14... Ah, fast tot. Ach, scheiße. Der stirbt ja gar nicht. Ah. Der stirbt ja gar nicht. Hat er natürlich nicht bedacht. Ja, ich... Hätte ich noch ein inneres Feuer mehr. Aber dann wäre die Combo nicht aufgegangen mit 6 Mana. Weil das sind ja 6. Schade. Silvanas. Kommt ein bisschen spät. Mein Freund. Ja. Bäm, Junge. Siebte Runde. Ne? Da kannst du gar nichts machen. Zack. Schade. Das lief doch gut. Das lief doch gut. Vielen Dank.